moin leute und herzlich willkommen in den tiefen der schlepperhydraulik ja heute geht es um die hydraulik tatsächlich wird heute meine oder soll heute ein teil meiner hydraulischen geräte betätigung angeschlossen werden dafür habe ich als erstes bauteil dieses ding hier das ist ein winkel adapter irgendwas keine ahnung dieses teil soll daran geschraubt werden und zwar soll das laut meinen zuschauern oder laut meinen zuschauerinformationen 18 x 1,5 gewinde sein genauso wie das ding das soll hier rein passt natürlich jetzt nicht so geil weil dann stößt es natürlich direkt hier vor also muss ich das noch so machen und dann eben mit dem bogen oder sowas rum zu und dann da wieder runter hier lang werden wir natürlich noch geiler wenn das dann irgendwie hier so wäre das ist ja wieder blöd da muss ich mir mal gedanken machen wie ich das macht am besten wäre so ein doppel nippel und da dann ein winkel drauf oder so ich könnte mir natürlich auch mehrere winkel biegen dann muss ich mal gucken wie sich das überhaupt biegen lässt das probiere ich jetzt erstmal aus damit ich überhaupt ein gefühl fürs material finde er kriege ja da kommen wir jetzt erstmal würde ich sagen so habe ich meine rohrbiege maschine aufgebaut noch nie mit gearbeitet aber ja ich will jetzt mal gucken was überhaupt möglich ist wie kann man das rohr biegen ich mache das mal 90 grad winkel weil wenn ich das ventil nach oben stelle dann müsste ich ja mit meinem rohr hoch 90 grad rum zu und 90 grad wieder runter weiß nicht wie eng die bürgen werden können sonst muss ich dann mit winkeln arbeiten aber ich weiß gar nicht ob ich jetzt die da habe und wenn dann so viele muss ich eben gucken natürlich wäre die günstigere alternative das zu biegen muss ich eben gucken wie knapp das wird naja ich probiere es erstmal aus und ihr seid dabei so rohr stecke ich jetzt hier durch erstmal zum antesten wie das überhaupt funktioniert hier vielleicht so und dann mal gucken ob es jetzt hier rum wiegt naja dann stelle ich mal das teil an die wand weil so wird das glaube ich nicht so einfach auf ein neues ich weiß auch gar nicht ob ich wie gesagt habe es richtig rummacht keine ahnung so so wie krieg ich das jetzt raus so ich muss natürlich meine kamera da weg aber mein erster winkel sieht doch gar nicht mal so scheiße aus oder kommt für das erste mal rohr biegen kann man machen ja cool das ist doch eigentlich ganz geil das gefällt mir echt gut auch wenn ich weiß ob ich es richtig rum gemacht habe aber gewogen ist es auf jeden fall nice so du musst 26 cm später auch wieder ein knick entstehen kann mir erzählen markierung gemacht einmal oder war also wo das ende ist und fünf zentimeter ist der radius also ja der radius im durchmesser ist das richtig nicht fünf zentimeter ist der radius groß breit weil sie natürlich nicht wo ich jetzt ansetzen muss das weiß ich jetzt nicht muss ich mal gucken so muss ich jetzt mal überlegen so wäre es ja verkehrt dass die fußleisten schneiden da muss ich ja umdenken jetzt so woher weiß ich denn jetzt wann ab wann der radius beginnt ich mache jetzt einfach mal gucken wo ich lande so habe ich hier einen bogen gemacht der ist aber 23 5 und keine 26 das ist natürlich ein bisschen blöd naja ich säge jetzt mal hier ab säge ich ihn hier ab weiß ich jetzt gar nicht doch irgendwie muss ich ihn jetzt erkürzen ich säge ihn jetzt erst mal hier ab und dann gucke ich mal wo ich mit meiner muffe hinkomme so mal schnell mit der flex abgeschnitten weil die bandsäge das funktioniert leider nicht habe ich hier so ein teil zum entgraben von ks tools ist das verlinke ich euch mal in der beschreibung da wird einfach die überwurf mutter aufgesteckt der ring dann wird das hier rein gesteckt zugedreht zugedreht jetzt mache ich noch nicht fest weil also er soll dann ja so so rein so in den trecker und wie gesagt mache ich jetzt noch nicht fest weil ich weiß noch gar nicht ob es überhaupt alles passt das gucken wir jetzt mal weil eigentlich ist das ganze fünf zentimeter zu schmal ein bisschen zu schmal das ganze also das wird dann so so gehören das muss ein bisschen breiter ja ich mache das ganze noch mal ein bisschen breiter also noch ein neuer versuch dann hole ich euch gleich wieder wenn das soweit ist so kennen das mein erstes ich gehe mal hier ach alter cool das sieht man auch mal selten oder dass da so ein Heißtoffballon schwebt also bei uns ich meine bei christian wo wir im urlaub waren da haben wir ganz viele gesehen da war aber auch Ballonfest in der Nähe und hier das ist jetzt das erste mal dieses jahr glaube ich dass ich einen sehe von Hagebau schönes bild ne gut das dazu ähm ich habe mein gebilde fertig so sieht das jetzt aus ja Entschuldigung so und ähm ja ist natürlich jetzt noch nicht festgeschraubt die äh ist gebraucht oder ne nicht gebraucht aber älter und zwar habe ich die von äh André geschenkt bekommen der hat mir so ein Eimer voller Muffen, Teile, Ecken, wie auch immer mitgegeben äh da ist nicht alles vollständig und man muss sich halt was zusammensuchen aber dafür war es halt geschenkt schönen Dank nochmal an die André an dieser Stelle versuche ich es dann mal mit dem Förderband Zwinker Zwinker das Ding muss ich auch noch haben André ne weißt du Bescheid gut auf jeden Fall ähm zeige ich euch jetzt mal wie das Ding ungefähr drin sitzen soll es ist leider ein bisschen dunkel da drin so ich habe jetzt mal ein bisschen Licht geholt noch nochmal kurz zum Verständnis da die Schraube soll das ist also da ist Öl hinter logischerweise das soll der also da ist der Öltank hinter da soll der drucklose Rücklauf dran man könnte alternativ auch zu der Schraube da hinten gehen dieser da aber da ist das Problem dass das Rohr wieder davor ist und das ist immer so ziemlich eng deswegen habe ich mich dafür entschieden die hier zu nehmen schönen Dank nochmal an dieser Stelle an den Instagramer der mir Fotos geschickt hat von Seiten IAC der hat das nämlich genauso gemacht und funktioniert top bei ihm der hat mir auch gesagt dass das Ding ein Gewinde hat 18x1,5 für alle die das auch vorhaben an dieser Stelle schreibt euch bitte die ganzen ich sage immer welche Gewinde das sind äh das sage ich aber auch nur jetzt in diesem Moment dann und ihr müsst das dann fleißig schön mitschreiben damit ihr das abkupfern könnt und dann auch später sehen könnt was hat jetzt funktioniert und was nicht ja ähm ich werde das später keine Liste machen mit ähm ja Auflistung was wohin gehört das ist mir zu aufwendig aber ich wie gesagt sag es dann an dieser Stelle also das Teil ist wie gesagt 18x1,5 das ist ein 15L Winkel das kommt dann so hier hin ungefähr und ja so ungefähr kommt das hin und dann geht es von da aus weiter in den Kanal nach vorne also schraube ich jetzt erstmal den Winkel hier fest und dann geht es nach vorne weil als allerletzte schließe ich das natürlich am Tank an sonst habe ich da nämlich über Öl drin das will ich natürlich nicht ähm jetzt werde ich mir erstmal ein Rohr machen was nach vorne hingeht so du musst dich gerade feststellen dass das die Schraube äh ein anderes Gewinde hat wie dieses hier also es ist doch kein 18x1,5 so wie es mir berichtet wurde sondern 3,8 Zoll würde ich behaupten also es ist kein halb Zoll habe ich versucht reinzudrehen geht nicht aber ähm ja es ist trotzdem grobes Gewinde könnte auf jeden Fall ist zöllig wahrscheinlich ähm ja die neueste hat damals Zoll vorbei ich meine an diesem Trecker ist glaube ich relativ viel Zoll noch aber ähm auf jeden Fall passt das Ding nicht dann werde ich mir das Teil bestellen in 3,8 Zoll ist mir leider ja das heißt ist mir eigentlich nicht groß genug vom Durchmesser hätte ich gerne ein bisschen größeres Rücklauf Dings gehabt aber für den Frontlader reicht es locker gehe ich davon aus weil ähm vorne am Frontlader und so ist eh alles in 12 L von daher Rücklauf soll eigentlich immer ein bisschen größer sein aber ist eben so das kann man ja auch sonst leicht ändern falls es doch nicht irgendwie nicht wirklich funktionieren sollte aber ich denke mal dass es einfach funktionieren wird ähm weil halt der Kollege das ja auch daran angeschlossen hat und es funktioniert ja halt er hat sich wahrscheinlich nur mit dem mit der Schraube versehen also werde ich das Ding nochmal bestellen in 3,8 Zoll auf 15 L ja 15 L weil nun habe ich schon alles in 15 L gebogen ich hoffe mal dass es das noch gibt sonst werde ich mir noch ein Adapter besorgen oder irgendwie muss ich es nochmal neu wiegen keine Ahnung und warum der Trecker hier so komisch steht das liegt daran damit er die Schräglage hat damit mir das Öl nicht alles da aus dem Loch raus läuft hat auch gut funktioniert ein paar Tröpfchen nur und das war's die konnte ich gleich mit dem Lappen auffangen deswegen steht der Trecker so wie es ist gut nun bin ich bei dem Rohr was äh nach vorne geht das habe ich schon auf Länge zufälligerweise das muss dann ja von hier hier hoch muss ich dann noch rumbiegen nun habe ich es hier schon durchgeschoben nun markiere ich mir einmal wo es geknickt werden muss das kann ich leider Gottes nicht gut zeigen weil da muss es einmal umbogen das markiere ich jetzt und dann wird es gleich gebogen so das muss jetzt so rum jetzt habe ich hier einen schönen Knick drin und nun muss das Ganze natürlich wieder auf die andere Seite nun weiß ich nicht ob das funktioniert mit dem Ding das ist jetzt die Frage aller Fragen dann die 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 so das funktioniert tatsächlich nur habe ich hier so einen kleinen haken drin mal gucken ob es jetzt passt ich bin papa ja ich freue mich total meine tochter und meine frau sind jetzt wieder aus dem krankenhaus zurück und war natürlich eine anstrengende zeit sie ist dienstag geboren wir haben heute samstag gestern sind sie nach hause gekommen und ja total cool alles munter und gesund total niedlich und ja wir freuen uns natürlich tierisch und ja dementsprechend ist natürlich die letzte woche nichts passiert ist klar war natürlich auch wie gesagt mega anstrengend und ja nun geht es so langsam wieder also muss ich jetzt mal alles einpendeln und so aber jetzt aktuell ist meine frau drin ein bisschen am am gange und die tochter schläft und alles und hab ich gedacht gehst du noch mal wieder ein bisschen beim trecker bei dass das auch mal vorangeht jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr ruhig stehen geblieben bin doch weiß ich wohl noch ungefähr wie war habe ich in der zwischenzeit noch ein bisschen was bestellt gehabt weil ich dachte wenn ich schon nicht arbeiten kann dann kann ich ja wenigstens noch mal abends im schlafzimmer im bett dann noch mal mit dem laptop auf ein paar teile bestellen und das ist dabei rausgekommen und zwar habe ich den schlauch zwei meter lang für den kipper bestellt der ist jetzt da das kupplung habe ich schon drauf geschraubt und dann noch so ein paar halte geschichten und winkelverschraubung und noch kleine winkelverschraubung noch eine kupplung überbruch muttern ein t stück das ist nämlich alles für den kipper also nicht alles das ist ein teil ein teil dafür ist für den körper und zwar kommt das ja zwischen die leitung vom kipper und davon geht dann rohr nach vorne hin normalerweise muss man da so ein druckverteiler ventil oder eben so heißt es rein bauen der da will ich den den öldruck also die ölmenge 50 prozent oder verteilt genau auf die hälfte und dann geht die eine hälfte zu dem einen zylinder und die andere hälfte zum anderen zylinder damit verhindert man dass wenn man ungleichmäßig beladen hat oder was der eine stempel mehr druck kriegt wie der andere oder weiter ausfährt wie der andere der weniger belastet ist und somit halt den kipper schief drückt kann passieren natürlich nur habe ich aber auch schon von einigen gehört oder einige zuschauer von euch haben ja auch geschrieben haben gesagt ja sie haben auch ganz normales t stück wenn man das teil einigermaßen gleichmäßig belädt und nicht wie so ein blöder am hebel zieht dann müsste da eigentlich alles gut gehen und genau so mache ich es auch weil ja so ein verteiler ventil kostet mal eben 160 euro das günstige was ich gesehen davon 130 aber ja so viel geld das kann ich auch dann in andere die technik in andere technik investieren was ich von mir sagen war aber irgendwas von daher lasse ich das erstmal so wie es ist und davon ist einfach ein t stück zwischen und falls es nicht funktionieren sollte und man merkt okay dass der druck der verteilt sind nicht vernünftig dann kann ich immer noch umbauen genau auf jeden fall sind das ist mal die ganzen teile für den anhänger oder ein teil davon also eigentlich habe ich jetzt alle teile für die hydraulik vom anhänger da da komme ich zwar jetzt noch lange nicht zu aber das habe ich schon mal liegen so und jetzt geht es weiter bei dem rohr was ich gebogen habe das muss noch ein bisschen finalisiert werden und dann geht es da auch weiter kommen das ding sitzt doch echt super alter ehrlich schön gerade das rohr jetzt so soll es sein steigt noch ein bisschen ab man kann hier der winkel drauf dann geht das hier schön ums eck da hinten wieder hoch und hier kommt es dann schön gerade raus bis hinten an der anschluss das sieht doch super aus ich bin begeistert super so schön gekürzt alles ne abgerundet wieder so sitzt das rohr jetzt final mehr oder weniger das ist echt tipptopp da hinten also wie ich das gefällt mir so gut ja von hier oben kann man es noch mal sehen jetzt kommen diese teile in das steuergerät rein geschraubt ja so sitzt das dann natürlich nach hinten in diesem fall und weil das nämlich der drucklose rücklauf ist dieser anschluss ist dieses druck weiterleitungsventil das geht ja an das rohr wieder dran hydraulik ist nicht ganz so einfach finde ich zumindest also man muss erst mal da durchsteigen das nennt sich man muss ich selber spieken drosselfreie schwenk verschraubung nennt sich das teil auf der einen seite schneidring und auf der anderen seite das gewinde fürs steuergerät das ist in diesem fall dieses gewinde ist ein halb zoll und auf der anderen seite ist 15 l ganz interessant aufgebaut man das so sehen ich hoffe dass man sehen kann da sind so drei lecher diesen schräg rein gebohrt erstmal stativ geholt auf jeden fall das sind die ja so sieht es aus schräg verschraubt darin und dann kann man die hier so rein stecken dann kommt bei dieser dichtring und dran hier ist nämlich so ein dichtring drauf auf der schraube und dann hat man eigentlich immer den durchfluss und dieses teil schraube ich jetzt hier drauf kann ich in jeder dass er es passen würde so kann ich in jede himmelsrichtung zwischen anschauen so kann ich jede himmelsrichtung drehen wie ich will und habe immer guten durchfluss das ist eigentlich ganz geil ich will die natürlich jetzt nach hinten haben weil da ja auch mein rohr hinkommt so muss ich natürlich aufpassen damit das ding nicht mich nicht gestört deswegen kann es durchaus sein dass ich das ein bisschen nach oben mache oder so jetzt biege ich mir erst mal ein rohr was von da nach da hoch geht genau das mache ich jetzt ich zeige jetzt nicht jede rohr biegung die ich mache aber dieses mal nehme ich euch jetzt einmal mit bei den rohren nochmal und zeige euch das mal wie ich das jetzt biege das eigentlich relativ simpel an diesem stück die so viele rohre habe ich ja auch in dem sinne ja doch die ganzen 12 auch noch aber ja das ist immer das gleiche deswegen zeige euch das jetzt einmal hier messe ich mir jetzt mein solcher die ich jetzt drauf so bis 40 zentimeter knapp 37 sind dann weiß ich jetzt aber schon dass ich den und noch ein bisschen kürzen muss denke ich das kann man da vielleicht so ein bisschen sehen weil er auch noch dieses winkelstück drauf kommt so also biege ich mir jetzt erstmal ein rohr was ungefähr 90 grad hat und ab dem knick messe ich dann 37 runter und dann habe ich das schon da schäme ich mir das rohr hier zwischen und dann wie ich der jetzt dreht er ihn ja quasi rum also muss ich ein bisschen platz geben dass er da ordentlich rum biegen kann am ende muss ich eh was abschneiden weil das ich zumindest nicht genau auf den punkt hin da müsste man sich vielleicht ein paar markierungen machen auf dem auf der rolle dass man weiß von wo bis wo das biegt so so und dann hat man so ein winkel den sehe ich mir jetzt hier vorne wo ab jetzt habe ich hier wieder meine ja keine ahnung meinen entgrater auf der anderen seite ist dann ja die andere seite also für die fürs außen die außenseite das geht auch eigentlich ganz gut und so sieht es dann anschließend aus ist auch 38 zentimeter gekürzt hier ist meine verbindung ecke mein eckverbinder das wird einfach nur da ist ein schneidring drin ne wird einfach nur da reingeschoben so festgedreht und dann knackst du das von selber fest eigentlich total geil und total simpel so nun sieht man dass das hier also ich bin jetzt daneben dem rohr kann man das sehen naja ich komme nicht weiter weil da das metall mich nicht stört da sieht man es auch noch mal das heißt ich muss da jetzt noch ein knick rein machen damit ja das darum zu geht um die ecke ich habe mir jetzt hier eine markierung gesetzt und ich weiß jetzt dass der knick das ist mir selber überlegen hier runter also unter dieser markierung sein muss damit ich ihn quasi bisschen in richtung biege nicht viel aber nur ein bisschen so 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 müsste das eigentlich schon reichen und siehe da jetzt passt es schon das reicht schon jetzt ist er hier satt drin und da hat er auch in alle richtungen luft und da sitzt er auch drauf er muss jetzt wie gesagt hier noch mal ein bisschen gekürzt werden da will ich noch mal ein bisschen zwischen weg nehmen dass er vernünftig gerade drauf sitzen kann also müssen dann locker noch mal zwei zentimeter weg so ungefähr müsste das dann sitzen genau so ein bisschen gekürzt das ganze wie gesagt nicht viel 12 cm waren jetzt und dann sitzt das so alles zusammen wie soll hat überall luft kann ich gerne ein bisschen drehen hier da oben sitzt es schon verschraube ich das ganze nicht zu fest nur leicht anschrauben also man wenn es leckt dann lieber noch ein bisschen nachdrehen habe ich mir sagen lassen also nicht zu fest knallen die dinger schraube ich jetzt fest und dann haben wir das schon wieder geschafft wie gesagt nicht zu fast andere lieber später nachdrehen ein bisschen lecken sollte natürlich auch nicht so lose dass hier alles wieder raus fällt und ist das schon eine feste verbindung genauso wie hier jetzt auch hier habe ich gerade auch festgezogen da muss ich jetzt nur noch ihn da hinten reinschrauben da habe ich jetzt auch schon die muffe für aber dafür muss ich erst wieder über eine drunter legen und trecker hochbocken weil das ist ja nicht so einfach kann ich alles aufschrauben das ganze öl auf dem brot das geht nicht deswegen das mache ich jetzt nicht ich mache jetzt erstmal bei dem anderen geschlüns hier weiter so jetzt geht die sonne auch schon mehr oder weniger unter wir haben es mal kurz geguckt halb sechs alter geht die sonne um halb sechs ist sie schon so tief alt steht ja die tage wenn kürzer ich habe ein bisschen was geschafft tatsächlich allerdings alles nicht so zur vollendung gebracht ist ja klar weil der vorn hat das ja nach oben und nur fehlen noch das eine oder andere teil so sieht es jetzt aus von der neistigkeit her stabil würde ich sagen also ja die ich habe mir überlegt wo gehst du am besten mit den anschlüssen hin von dem von der hydraulischen gerätebetätigung da oben und habe ich da weiß was am besten am cleversten ist es doch einfach hier den stecker drauf zack zack zu den zum freundlader hin kurzer weg und der drops ist gelutscht und jetzt habe ich es auch so gemacht und ich bin da echt begeistert von also sitzt natürlich super bombenfest alles und kompakt platzsparend läuft jetzt muss ich nur noch ihn hier daran anschließen oder halt kann man schlecht sehen dahinter ist nämlich so ein t stück das muss ich noch blind legen weil da geht er das ursprüngliche rohr vom alten steuergerät daran das muss ich noch blind legen wie gesagt könnte ich natürlich auch dann anschließend an diesen hier da muss ich noch gucken wie ich das am besten macht das mache ich wenn das alles außer gefecht gesetzt ist ja hier hinter lang sind jetzt die rohre die gehen jetzt da quasi ran also ein das rohr muss dann hier gerade verbunden werden und das rohr geht dann natürlich wieder weiter ja zu dem hydraulischen system das kommt nämlich von dem druck weiterleitungsventil das ist dann quasi das hier und das hier geht zum rücklauf zum drucklosen rücklauf der ja da hinten ist der ist ja noch nicht weiter und er hier geht zur pumpe das ist das ist dann quasi er hier und ich finde von der ausführung dafür dass ich vorher noch nie noch niemals ein rohr gebogen habe in meinem ganzen leben ich da echt begeistert von muss ich ganz ehrlich sagen also wenn das alles läuft kann ich mir direkt mal selber auf die schulter klopfen wenn ich mal wie gesagt ich habe noch nie damit gearbeitet und dafür finde ich das schon finde ich das schon nice muss ich ganz ehrlich sagen gut ja das muss ich mir noch rohre leitungen schläuche bestellen hier die zum frontlader gehen die können jetzt relativ kurz sein muss ich mir noch ein bisschen also muss ich mir noch ausmessen wie das am besten mit der schlaufe geht darf natürlich auch nicht zu kurz sein weil so wie da unten auch dass das könnte ja theoretisch ein viel kürzerer schlauch sein aber dann ist die bewegung nicht mehr da deswegen muss ich mir das da mal angucken und mal ausmessen dann muss ich mir hier noch ich denke mal dass ich hier war hier reingehe von da aus direkt daran wird zum t stück das muss ich mir noch besorgen und das da hinten anschließen aber wie gesagt das mache ich dann wenn ich den frontlader unten liegen habe und ich den ganzen druck raus habe das ganze öl da raus habe dann gehe ich dabei da macht es am meisten sinn wenn ich das jetzt mache dann kann ich natürlich nichts mehr machen dann ist er halt unten dann kann ich ihn halt nicht mehr benutzen ich meine benutzen will ich ihn sowieso nicht aber dann ist das zu traurig kann ich ja auch nicht mehr fahren weil das ganze öl dann raus läuft deswegen das mache ich heute nicht mehr das mache ich dann die tage gut so das soll es erst mal an dieser stelle gewesen sein ich bedanke mich wie gehabt bei msd landtechnik für die unterstützung bei bernie und wo ist gerade sage unterstützung einen moment und bei philipp der hat mir nämlich über die amazon wunschliste dieses diese dichtmasse gekauft bestellt und als ob das nicht noch als ob das nicht schon genug wäre ein kilo m&ms dabei wieder alter ich liebe die dinger ja wisst ihr und die dichtmasse dazu hatte ich in meiner wunschliste stehen richtig nice weil die kann man immer gebrauchen sei es beim trecker etwas abdichten beim auto egal was die grunddichtmaske mega also philipp an dich nochmal schönen dank an dieser stelle wie gesagt die amazon wunschliste ist unten immer dauerhaft verlinkt wo halt immer alles drin ist womit ihr mich so unterstützen könnt mich und meinen kanal und ja wie gesagt erst mal schönen dank wer die msd landtechnik und philipp an dieser stelle gut also ich hoffe euch hat das video gefallen abonnieren wäre geil bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal Ja!